So, Top Bad Guys, Mr. Garrison, Joll, Einkaufen? Der Kunstdor wurde aktualisiert, du solltest vorbeischauen. Wir haben 2, $14, Verbrauchsgegenstände, Komponenten, Kostüme, Rezepte, Bruchterliste, Ultimativkraft, Eulung, alle Kunstdor Produkte tragen das Kuhn & Friends Gütesiegel. Rückstoß-Komboschaden. Falls du kein registriertes Mitglied von Kuhn & Friends bist, verlasse den Kunstdor. Mach 5 Brille, Joll. Was können wir mit diesen Komponenten machen, das habe ich noch nicht so ganz raus. Der Kunstdor bleibt am President's Day geschlossen. Der gegnerische Schläge abschwächt. Kostet 2 Euro, das könnten wir doch jetzt schon kaufen. Transaktion abgeschlossen! Nehmen wir mal, so verkaufen. Danke für deinen Besuch des offiziellen Kuhn & Friends Store! Crafting, Inventareinstellung, Kostüme, Kleidung. Crafting, Inventareinstellung. Crafting, Inventareinstellung. Wir können die aber noch herstellen. Crafting, Inventareinstellung. Crafting, Inventareinstellung. Crafting, Inventareinstellung. Crafting, Inventareinstellung. Crafting, Inventareinstellung. Crafting, Inventareinstellung. Wo ist das drin? Wo war das? Wir konnten doch bei Stick of True verschiedene Gegenstände reinpacken in unseren Charakter. Oder wir können es noch gar nicht. Aber wir haben das Ding schon mal gecraftet. De facto Kostüme. Wir können es herstellen. Können wir das auch anlegen? Nochmal hier im Inventar. Missionsgegenstände, Komponenten, Brauchsgegenstände. Oh das ist automatisch angelegt. Das weiß ich noch nicht. Zugriff auf Kunstdoor Inventar. So. Alle Kuhnstore Produkte tragen das Kuhn & Friends Gütesiegel. Verkaufen. Der Faktor gibt es 24 Cent. Also wir können damit direkt Geld verdienen. Irgendwann. Abstande. Du hast nicht gefunden was du suchst. An der Stelle bitte eine Anfrage. Später. Dass wir das ganze äh. Sammle auf Kunstogramm so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen. Na gut. Dass wir das ganze äh später anlegen können. Oder dass er uns das nochmal zeigt. Also Stick of True weiß ich. Da ging's. Da hattest du noch mal nen Charakter in den Tal. Und äh. Kannst du da die Gegenstände reinbauen. Ah. Die Lava wird weggekehrt. Sammle voller und nimm dir Leute dazu übrigens Selfies mit dir zu machen. Dann hat er LT gedrückt um Leute zu finden mit denen du Selfie machen kannst. Um hier in unsere Fahnen drücken. Okay. Oh ein Selfie. Davon hab ich mal gehört. Jippie. Mach das nicht Spaß? Juhu. Juhu. Oh wunderbar. Wir sehen uns dann im. Juhu. Jawoll. Ist jetzt ein Follower. Aber so. Und sonst ist es so. Werden die Folgen. Juhu. Okay. Oh. 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 Ah! Kommen wir denn da hoch? Na gut! Obwohl, da steht noch... ... ... ... ... ... ... ... ... Na gut. Obwohl die Stünde... ...weiten... ...geht nicht. ...und dann. Dann gehen wir halt da lang Cool der Hintergrund Warte mal Hm Hm Schmutzig, so schmutzig Schmutzig, so schmutzig Ja, Spiel Hm Gut, Endcaller kann man nicht Doppelkin Kostüm Ja, sowas hab ich mir schon immer gewünscht Einer Glock 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 Klo-Nutzer 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 Ziv Klo-Nutzer 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 Ziv Klo-Nutzer Oh, hallo! Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten als mein Sohn Barthas. Ja, ja. Gut. Hey, kannst du mir mit dem Ding helfen? Es klemmt. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Ich mach' ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Gut, da ist nischt. Gut. Gut. Das war's für heute. Da kommen wir noch nicht hoch. Mami, weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im... Oh, okay, okay, okay. Oh, okay, okay, okay. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Wurst machen wir da auch schon. Oh, der König ist wieder da. Oh, die haben wir auch schon. Niemals, ich mach doch kein Selfie mit dem Niemand wie dir. Alter, damit meine ich Dreh um. Ja, ja. Jetzt probieren wir den ganz da drüben nochmal. Habe ich auch mal alles schon abgeklabbert. Hey, ich mach nur Selfies mit beliebten Leuten. Okay. Willst du meine Videosammlung sehen? Ich erklär dir auch die heißen Sch... Denn... Fick! Dich! Mom! Oh! Nein! Ich will reingehen! Ich will reingehen und... Willst du Superheld mit Eric spielen? Hey! Ich hab so viel Fantasie... Dich! Mom! Bin ich die Lebensberatung? Sammle auf Kunstagram so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen. Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich hab den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Darks Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankinds Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Okay, wir brauchen eine Follower. Ich hab die aufte I-Wacht-Wacht-Wacht in làn. Ich werde meine Einzelpläne nachwählen, bleue. Wohin mit, wenn ich sie für ein neues Tonnenflägen da mache. Wohin mit, wenn ich sie bei euch möchte. Du kannst, wenn du mir die Uhr herhaut, doch keine Ahnung ist. Ich nehme die. Ich habe mich vor diesen Euch zu streiten, aber nur dran. Ich bin ein bisschen zu fressen. Ich bin da schon immer, wenn ich mich an das. Auf jeden Fall ist, aber es ist auch wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mach ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Oh, hallo! Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten. Na, bist du auf Erkundungstour durch unser Haus? Was für ein Spaß! Zum Glück sind unsere Wertsachen sicher in unserem Schlafzill... Oh, zu viel gesagt! Wenn du Zeit zum Schrubben hast, dann kannst du auch manisch schrubben, bis deine Hände wund sind und bluten! Okay... Sorry, ich folge nicht jedem in den sozialen Deinzwerken! Ich mach doch kein Bild mit jemandem, der so wenige Follower hat! Ein Selfie? Klar, leg los! Bäh! Jetzt geht's! Okay! Okay, cool! Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie! Jetzt sind wir wohl Freunde! Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie! Nicht übel, Wunderarsch! Du sammelst schnell Follower! Weiter so! Ein paar von den Kundenfreunden erreiche ich nicht! Schau doch mal nach, was los ist! Fiss! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Gut. Juhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Okay, machen wir ein Selfie. Juhu! Cool, jetzt folgen wir einander! Die Dominizos werden ja links rüber. Pass auf, das sind Sechsklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefersmahn die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen an der Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind sie in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm, lasst uns ein paar Kabel werfen. Basketball ist doof, Mann. Hey, hey, ich hab's, gehen wir Eichhörnchen quälen. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen coolen Tanzmoves singen? Wer sagt denn, dass du coole Tanzmoves drauf hast? Das hat eine Mom gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Luschen. Jetzt schaut ihr das an, Mann. Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler. Du solltest besser verschwinden, du Penner. Nein, nein. Oh Gott, ist das schrecklich. Nein. Jetzt schauen wir das an, Mann. Okay. Wir gehen da nicht hin. Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefersmarm die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von dem Möpsenmann am Arm zu reden. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind sie in Wonder Woman ein paar Titten. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Weil wir haben kein Popo, nur eine Kloake. Zeit ist Geldviertklässler. Das sind den seine Rufs wahrscheinlich. Ich bin schon mal hier. Der Brutalo klingt brutal ab. Euch zeig ich was Brutales. Das ist ein Tier. Fühlt es ohne Schnar, okay? WAH. Voll ekelhaft. Sechstklässler sind ekelhaft und unhygienisch. Du willst nicht wissen, was sie mit ihren Handtüchern machen. Das Blatt wendet sich! Halt's mal, Vierklässler! Ich bin jetzt dran! Tittenzwirbler! Oh, oh, das ist schmerzhaft aus! Das rät in die Gnade! Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet! Wow, gute Arbeit, Neuer! Das waren Sechstklässler. Weiter so! Das war für mich! Danke, die Gnade! Du willst ein Selfie mit mir? Na klar. Krass, wie du den Sechstklässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Mobbing fängt zu Hause an. Die Eltern sind schuld.